Hallo und herzlich willkommen zur Nordmission 4 und zwar 4a und die beiden sind verschieden. Wir sind beim Abfangen des Konvois, das GDI versucht, die GDI versucht, ein sympathisierendes Dorf umzusiedeln. Fangen sie den Konvo ab und zerstören sie ihn. Es ist unerlässlich, dass die Dorfbehörden restlos ausgelöscht werden. Das war das Beispiel für alle Einheiten, die sich gegen uns stören könnten. Haben wir in der ersten Mission schon mal gemacht, auch wenn es da gar nicht gefordert war. Sag ja, ich bin total übereifrig. Die GDI evakuiert das Dorf um Hatschär. Nord-Einsatz-Anweisung Dorf zerstören und GDI-Rettungsoperation beenden. Örtliche GDI-Truppen aufspüren und vernichten. Was ist mit uns zum Auftraggeber eigentlich los? Wir haben doch einen netten Kollegen, der uns ursprünglich angewiesen hat. Darf der nicht mehr? Bestätigt! Jawohl, Zahn! Jawohl, Zahn! Jawohl, Zahn! Jawohl, Zahn! In Ordnung! Jawohl, Zahn! Hön, hön! Jawohl, Zahn! In der Einheiten, Mikro nun? Jawohl, Zahn! Jawohl, Zahn! Und rüber da. In Ordnung! Hier haben wir nämlich keine eigene Economy. Das heißt, wir sind auf die Einheiten angewiesen, die wir übrig haben. Der Gegner hat da ein bisschen High-Ground-Situationen. Wir scouten nochmal. Ach, diese Bikes sind so wahnsinnig schnell. Das ist... Jawohl! Das ist nicht schlecht, das ist tatsächlich. Das ist einfach... Jawohl, Jawohl, Jawohl! Das ist eigentlich ein bewunderndes Statement. Jawohl, Zahn! Das Tempo dieser Bikes. Und ich finde es mega cool, dass die so schnell sind. Jawohl, Zahn! Es macht viel mehr Spaß, dass die Bikes einfach ordentlich Tempo machen können. Jawohl, Zahn! So, wir sind hier schon im Dorf angekommen und... Jawohl, Zahn! Bestätigt! Bestätigt! Jawohl, Zahn! 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 Das ist schön. Wir kommen einfach... im Minimum Tiberium. Jawohl, Zahn! 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 Das ist spannend, wie die manchmal ein bisschen Zeit haben, ihre eigenen Ziele zu finden. Jawohl, Zahn! Jawohl, Zahn! Jawohl, Zahn! Jawohl, schon dabei. Jetzt nicht mehr. In Ordnung, in Ordnung. Jawohl, Sir. So, einen haben wir hier noch. Jawohl, Sir. Schon dabei. Ich glaube, er muss raus aus dem Dorf. In Ordnung, in Ordnung. Jawohl, Sir. Ich weiß nicht, das... Es fühlt sich irgendwie... Also, so geht es mir gerade. Das Game fühlt sich mit Lott so viel schneller als mit GDI. Ich weiß nicht, warum. Gut, ich kann auch sein, weil ich mit GDI jetzt die letzte Zeit immer mit dem Panzer unterwegs und dem Panzer wirklich entnismäßig langsame Einheiten sind. Schon dabei. Jawohl, Sir. Sofort, Sir. Breche auf. In Ordnung, schon dabei. Davon ist nichts mehr übrig. Jawohl, klar. Doch, da ist noch was übrig. Einsatzziel erreicht. Ach, das war's schon. Ich bin immer ein bisschen überrascht bei den Nord... Wie schnell die Missionen da draußen. Das waren jetzt wieder keine drei Minuten. Aber ich bin sehr unterhaltsam. Und als nächstes kommt es dann mal zu einer ersten ansteren Konfrontation, wie man sieht. Wir waren da noch rüber. So wirklich an der Stelle, wo die GDI ein bisschen besser befestigt ist, wo sie auch ein bisschen mehr Territorium haben. Aber das gibt es dann beim nächsten und bis zuerst gibt es natürlich noch die B-Mission, weil das sollte eine andere sein. Bis dahin. Und Ciao.